ARD Text im Auftrag von Funk Obatschke Sturmt vor, Jungs. Da ist schon einer. Ein Skeff. Brauch ich nicht. Auf welches treffe ich jetzt mal einen PMC und kille ihn? Triff interessante Leute und kill sie. Aus welchem Film ist dieser Spruch? Ui. Okay, da kommt einer. Ein Arm. Er ist beschäftigt. Ich werde mich erst mal zusammen pflicken. Oh. Kommt einer. Ein Typ ist hinter mir her. Sucht mich. Okay, der ist tot. Halbwegs zusammengeflickt. Lass uns mal looten. Da liegt er wie so ein Schluck Wasser an der Ecke. Au. Brett zu. So, komm her. Deine Schrotflinne gehört mir. Deine Pistole nehme ich auch noch mit. So, das Teil. Rucksack hat er nicht. Schade. Ohne Wasser. Kein Platz. Ah, kein Platz. Shit. Ohne Wasser. Tob dich aus. Erst draußen. Erst draußen. Auf dem Metall. So. Die Schratzer. So. 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 Verdächtig ruhig. Aua. Immer nutzen, wenn geschossen wird, die Gunst der Stunde. Nervenkitzel. Oha, Kundschaft. Kundschaft, komm. Und da. Und da. Zeigt sich niemand. Leer. Das Dreckding. Gucken wir uns mal den Spurzfreund an. Das Gap. Scheiße. So ein Ärger. Schokri. Feinste Schokri. Junge. Jetzt kommt Bewegung ins Spiel. Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst hingehen soll. Scheiße. Alter. Schokri. Schokri. Der hat es hinter sich. Da kam doch jetzt einer die Treppen runter, oder? Schokri. Oh. Schokri. 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 Komfort? Du Ratte. Komm ich eben zur Tier. Er hätte nicht so gefährlich mit seiner Jacke rascheln dürfen. Wir müssen unsere Pistolen-Gills machen. Einer lebt noch, auf jeden Fall. Ich hoffe, der gehört mir. Ja, Skefs auch. Aber Skefs bringt mir nichts, ich brauche PMC-Pistol-Kills. Damit ich die Quest abgeben kann und der Idiot zufrieden ist. Zeigt das mir nicht an? Schnauze BAM Der war aber schnell da irgendwie, oder? Auch wieder nur ein Skev-Spieler. Aber guten Loot hat er. Schraut die da rein? So, dann habe ich die... Die Moseln gehört mir. So. Erster. Okay, jetzt schon ab. Erster. Erster. Alter. Er schiesst die halbe Hütte mit weg. Jetzt. Schön, dass er nach oben geguckt hat. Das war schön. Er hat ja auch nichts an. Schade um die teure Munition. So, der letzte. Der letzte Spieler, den ich noch erschießen muss. Ah, da kommt schon die Kundschaft. Erster. 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 Ich habe es geschafft. Geil. Geil. Zwei Stunden knapp. Ja, zwei Stunden. Nicht zwei Monate, wie beim letzten Mal. So. So, schön.